Okay, und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Splatoon 2, Salmon Run, Salmonitendam. Diesmal mit, ja, anderen, also mit euch, vielleicht zieht ihr einer von euch den einen oder anderen, also David oder Martendo ganz im Besonderen, was hören wir da? Ah, Sexenensgegalon, nice, okay. Schauen wir mal. Ja, und, ebbs wird schon funktionieren, wir haben nicht sehr viel Platz, aber ein Boss Salmonitendam ist schon unterwegs, dem ich mich am besten nicht kümmert. Ist alles da? Ich halt's aber ja ein wenig weg. Nein, er hat mich allgeschubst. Ja, mei, hilft ja nichts. Ach, damit. Ich bin grad sehr, sehr irgendwo. Sehr gut. Funktioniert. Na, die Gegend, das schubst mir aber eine. Ich bin schon zweimal gestorben, das geht ja überhaupt nicht. Thank you. Ich bin schon drauf. Okay, jetzt heißt's nur noch überleben. Müssen wir gar nicht aggressiv gehen. Aber den will ich töten. Du störst mich schon die ganze Zeit. Das geht überhaupt nicht. Gut, ich bin nicht tot. Ich bin nicht, was passiert. Ich habe mein Leben gelassen, um andere zu leben. Ist auch okay. Nein, er meint's. Okay, 27. Gut von den Kollegen. Freut mich. Okay, auf geht's mit dem Disperser. Schrecklich kurze Reichweite, aber dafür Feuerkraft und Speed. Ich bin bereit, wie immer oben. Da sehe ich schon den ersten Boss von rechts, glaube ich, kommen auch. Ah, Doppelboss. Ah, Pschiedsgeschenk. In Form von Bomben. Ah, nicht schlecht. Okay, äh, da muss ich hin. Ich weiß, dass das mein Job ist. Oh, no. Töte mich nicht. Töte mich nicht. Oh, nice. Nice going. Okay, da haben wir einen Regen. Wo auch immer der ist. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ist das ein Wahnsinn. Habe ich eins. Sehr gut. Quote ist erfüllt. Ganz klar. Wow, das funktioniert echt gut. Wenn man ein paar Leute dabei hat, die was wissen, was sie tun. Ah, sehr gut. 28. 28. Das will ich noch. Ah, sehr gut. Eine gebracht. So ist es rechts. 30. Gefällt mir. Oh, das bringt was. Und jetzt. Am Schluss noch der Kleckskonzentrator. Okay. Los geht's. Da sind die Gegner. Faut treffer. Okay. Ein edle, ein edler Tod war das, so nenne ich das. Oh, Martento, sorry, du bist aufgegoppelt worden. Ihr hilft doch gleich. Doppelt, okay. Ah, verfett. Was tut der da? Das geht überhaupt nicht. Können wir ein bisschen was tun? Ah, shit, ich bin tot. Oh, oh. Nur noch einer. Er belebt Leid wieder, aber ich lebe nur da unten. Thank you. Ich hab noch ein Problem. Er verfrügt mich. Okay, überleben. Beziehungsweise ins Wasser springen. Ist auch okay. Okay. Wie er das zum bräuchte. Hey, da. Danke. Sehr gut. Haben wir's geschafft. Das war... Witzig. Das war echt witzig. Nicht sonderlich schwierig, aber... Ja, hey. Postmaterial ist schon. Ist schon okay. Tüchtig, tüchtig. So mag ich das. Ja, so ist es. Okay. Und... Wir kriegen sogar Punkte für das. Gefällt mir. Und solche Sachen auch. Was ich auch brauche. Okay. Und damit würde ich sagen, willkommen zurück zum vermutlich letzten Kampf des Tages. im Salmoniden haben. Schauen wir mal, was daraus wird. Weil... Ich gern. Mein Superbonus. Ihr wisst schon. Hehe. Okay. Für den Anfang starten wir mal im Disperser. Schauen wir mal, was daraus wird. Dunkel wird's. Das heißt... Heißt... Ein Goldi. Äh... Wir wissen... Ich weiß schon wie das funktioniert mit den Goldis. Ah, das leuchtet am meisten. Na? Da. Ah. Da, Mann. Okay, alles noch da rein. Ich nehme immer die Firnen. Oh, da muss ich mal durch. Wo ist er? Ah doch, da oben. Das ist sehr geil. Okay, jetzt haben wir ein paar. Ein paar erwischt. Hm. Die Quote war erfüllt, aber woran merkt man jetzt tatsächlich, was am meisten leuchtet? Hm. Ah, ich will jetzt noch eine bringen. Schade. Ja, gut. Aber Nummer 1 ist einmal geschafft. Und Gold ist auf der haben wir ein paar Mann noch nicht gesehen, also ist das auch nicht schlecht. Also, ja, da machen wir mal. Kann er da? Mach der mit. Der hat zwei Messen. Okay, Rackzack. Will mein... Will mich oben. Der ist weg. Oh. Früher nicht geschwommen, ha? Hm. Okay. Ich komm' gleich helfen. Sehr gut. Ah, jetzt ist es genau hinweg geschwommen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich dachte, ich hab nur gefühlt eine Bombe. Da weiß ich auch nicht. Okay. Äh. Äh. Quote. Leute, Quote! Wach, gerade noch. Schnell weg. Das war eine knappe Quote. Irgendwas ist da gerade komplett schief gelaufen. Und jetzt kommt was Speziales. Ich spür's schon. Was ist? Chaos bereit da unten mit Nebel und Fern. Oh weh. Das kann nicht gut ausgehen. Ah, scheiß Regen. Ich hör' nur ein Bosse. Das find' ich voll uncool. Äh. Walter, ich helf dir mal aus. Ich glaub' da ist was. Da nicht. Kein Drossen. Gott, der ist weg. So, schnell zum Zubringen. Schnell zum Zubringen. Oh, fuck me. Okay, so beide lebt. Mach' ihr ulti. Help. Okay. Äh. Ich würde ja gerne abhören, wo die Quote passt und nüt. Ah, damit. Doch. Sie passt. Okay. Okay. Das war ein knapper Kampf. Finde. Wahnsinn. Wahnsinn. Äh. Okay. Die Frage ist, habe ich jetzt genug Punkte zum Beispiel? Das war zweimal verdammt knapp. Ui. Ui. Krieg' dafür überhauptst? Für einen Rangaufstieg gäb's? Glaub' ich nicht. Doch. Und es reicht nicht. Ah, damit. Okay. Und somit würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu, naja, der letzten Runde von heute. Dieses Mal kann ich sogar sogar sagen, garantiert, weil, ja, es wird näher mehr anders. So wenige Punkte kann ich nicht machen, dass da irgendwas passiert. Oh, und wir haben einen hohen Wasserpegel. Das gefällt mir nicht. Das ist nämlich eng. Hey du, Kollege, komm her. Sehr gut, Nummer eins. Vorsicht, Vorsicht. Und dann stirb ich selber. Toll. Ähm, wenn du mir Zeit hast. Danke. Oh. 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 Mini. Nice. Ah, jetzt hätte ich das für einen Scope. Okay. Na, passt schon. Okay. Der Kleckskonzentrator. Schauen wir mal, wie es jetzt sein läuft. Wie viel Wasser kriegen wir? Ganz alle. Da sehe ich schon den ersten Boss. So ist es wieder ab und zu eine Bombe dazuschmessen. Das wäre glaube ich auch keine schlechte Idee. Ja, funktioniert. Funktioniert. Sehr gut. Ja, funktioniert. 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 Ich habe mich angeschossen. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Help. Help. Ja, ja, ist schon gut. Sag nicht zu frühhilfe. Das ist verwirrend. Ah. Ah. Wegsau trifft der Stapler. Wo hat der so gut Zügen gelernt? Weg da. Nein, interessiert mich nicht. In der Welle 2. Okay. Und mit Klecksplattling beenden wir diese Runde. Schauen wir mal. Wie es jetzt läuft. Ähm. Achso, das ist die ganz kleine Version. Deswegen läuft es zu schnell. Ja. Was haben wir in der Standardrunde? Okay. Frage ist, wo ist ein Boss? Okay, vielleicht war ich freilig mit der Entschädigung. Der Witzki. WTF? Krablackts? Der hat mich auch erwischt. Ah. Okay, Quote passt einmal. Das ist ein guter Anfang. Ah, der kümmert sich schon um den. Sehr gut. Dann tue ich die einmal ein wenig weg. Und dann. 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 Okay, aber geschafft ist geschafft. Okay, sehr gut. Sieg ist sieg. Ja, die letzte Runde war jetzt nicht sehr spektakulär, aber hey, ist okay. Ist vollkommen okay. Außerdem weiß ich jetzt gerade nicht, kommen wir vom Boss noch weiter oder nicht? Ich weiß nicht. Aber trotzdem bedanke ich mich somit bei euch allen fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und fertig. Beziehungsweise habe ich vergessen, dass wir eigentlich auch, naja, unseren Bonus abholen sollten. Ich glaube, das war keine schlechte Idee. Also, wir sind mal ganz geschwind. Was kriegen wir denn alles? Bonus? Bonus! Ah, das gefällt mir immer so gut. Na gut, äh, was haben wir da alles? Aha, 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 aha. Ein Haufen Geld, ein paar Sachen, ja. Fällt mir. Und einen groben Helm für Mehrspielerpartien. Ja? Auch nicht schlecht. Na gut. Na gut, euer Jetsan. For reals it diesmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren Folge von Splatoon Online. Schauen wir mal, wo es Battles rankt. Salmon Run. Mann, wer weiß, wer weiß. Oder vielleicht das Blattfest. Hui. Na gut, trotzdem Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Fertig. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020